Ja, das ist auch ganz was Tolles. Der Wurmfahren ist eine unglaubliche Medizin bei Schmerzen. Das wende ich auch immer wieder an bei Klienten, wo ich ihnen das auch beauftrage, das zu tun, und zwar eine Woche lang, wenn man Schmerzen hat, dieses aufs Bein zu legen, immer gegen unten vor allem, oder dann zum Beispiel auch so auf den Arm auch ein bisschen schöner auflegen oder aus der Schulter aus, leitende Kraft, das ist eine unglaublich starke Medizin. Ich meine, unterschätzt das nicht, auch nur das Auflegen von dieser Pflanze. Das ist eine Pflanze, die zählt mehr als 350 Millionen Jahre Existenz auf diesem Planeten. Ja, das ist was Schönes und ich freue mich auch, im Herbst geht es dann los mit den Online-schamanisch-ethnobotanischen Kursen. Und ganz viele Infos werden noch folgen. Ich möchte die Menschen ganz nah, immer näher an die Mutter Erde und an die Pflanzen bringen. Amen. pages